Herzlich Willkommen hier am Kulturforum der Staatlichen Museen zu Berlin. Museum 4.0, das ist ja ein BKM-gefördertes Verbundprojekt. Dabei werden Technologien und Strategien erprobt, um Museen für die digitale Transformation vorzubereiten und zu begleiten. Das heißt ganz konkret, es müssen Anwendungen entstehen, die für Sie, unsere BesucherInnen, relevant sind, interessant und natürlich auch zeitgemäß. Und wie sind wir vorgegangen? Wir haben entwickelt, wir haben erprobt, wir haben analysiert, wir haben daraus gelernt, wir haben gegebenenfalls angepasst und wir haben wieder erprobt. Wir haben die Standorte fit gemacht, wie das Kulturforum, aber auch andere Häuser für diese digitalen Anwendungen und wir haben natürlich Prototypen und finale Anwendungen entwickelt. Im Sinne eines holistischen Verständnisses digitaler Museumsarbeit haben wir unser Projekt in drei Säulen aufgeteilt. Die Anwendungen, die Infrastruktur und die BesucherInnenforschung. Bei der Säule Anwendungen geht es darum, digitale Anwendungen in verschiedenen Ausbaustufen zu entwickeln, die möglichst nah an den Erwartungen und Bedürfnissen der BesucherInnen orientiert sind. Eine weitere Säule sind die Strukturmaßnahmen. Ein konkreter Punkt hierbei ist der Aufbau von öffentlichen WLAN an Museumsstandorten. Bei der Säule BesucherInnenforschung geht es darum, die Bedürfnisse und Erwartungen eines heterogenen Publikums so kennenzulernen und nutzbar zu machen, dass wir die Anwendungen wie auch die Strukturmaßnahmen möglichst nah an diesen Bedürfnissen haben. Für Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen eröffnet das Digitale mehr Möglichkeiten für Teilhabe und Inklusion. Insbesondere deswegen haben wir die Inklusion als besonderen Schwerpunkt in dieser Projektlaufzeit definiert. Wir erproben, wie wir den analogen und digitalen Museumsraum miteinander verbinden können. So zum Beispiel über die App des Future Walks oder auch über die Sammlungen online. Die BesucherInnen werden beim Future Walk dazu eingeladen, gemeinsam mit Andrea, einem Kurator aus der Zukunft, das Kulturforum zu entdecken. Ihre Museumserfahrung wird mithilfe des Future Walks durch Augmented Reality-Aspekte, durch Gaming-Elemente und durch eine ganz interaktive Führung über das Kulturforum erweitert. Sammlung online ist eine Plattform, die den Nutzerinnen unterschiedliche Zugänge zu den verschiedenen Objekten aus den Sammlungen gietet. Wir haben einmal den Bereich SMB-Recherche, wo alle Objekte recherchiert werden können. Aktuell sind über 250.000 Objekte veröffentlicht. Ein weiterer Bereich ist SMB-Themen. Hier werden Objekte zu einem bestimmten Thema zusammengefasst und in einer Galerie präsentiert. Das war unser Einblick für Sie in die laufende Projektphase 2021 bei unserem Teilprojekt im Museum 4.0. Alles Weitere, Näheres können Sie die Ergebnisse vor allem auf der Website des Projektes Museum 4.0 nachlesen und erkunden. Das war ein sehr gut thought, dass wir die Übersache zum Teilprojekt im Museum 4.0 nachlesen und auf der Website. Das war ein sehr gut, wie wir es Ihnen so gut ist. Das war ein sehr gut.